willkommen zu unserem dritten dialog in unserem arabischen system von langenscheid und zwar jetzt machen wir zusammen die film medina oder das neue in der stadt was so neues in der stadt ist und zwar das ist jetzt seite 58 und 59 so na dann ich werde es jetzt ich habe das schon vorgeschrieben hier und werde das einfach mit euch durcharbeiten und wie gewohnt im film darauf werden wir dann den rest der lektion zusammen bearbeiten gut was geschieht nun hier hier steht thomas hier ich hole diesen stift ich unterstreiche hoch das geht gar nicht ich muss auch kurz hier den stift holen nach wie funktioniert das wieder ich hole mal den blauen stift thomas ist der name des einsprechers thomas versuch mitzusprechen afwan das heißt entschuldigung kommt von dem wort alafu eigentlich von dem verb afa 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 heißt vergeben das ist ein anstrich afa vergeben und daher gibt es diesen typischen arabischen spruch afallahu am salaf also wenn du ein fehler begangen hast und dann sagst ach entschuldige mich dann sagt man afallahu allah hat vergeben amma von dem salaf von dem von früher ja also gott hat vergeben kann ich es auch vergeben darf daher kommt das wort afwan bedeutet vergebung oder entschuldigung ja fragt man sich ja was hatten jetzt dieses wort damit zu tun warum sagt er vergebe mir ja in deutschland sagen wir entschuldigung könnten sie mir bitte helfen und dann sagt man eben in arabisch vergebung könnten sie mir helfen man kann allerdings auch sagen eine sf entschuldigung können sie mir helfen aber meistens sagt man afwan ich hole kurz wieder meinen blauen stift her so hier ist das also ist das wort afwan entschuldigung ja sei die ja ist ja das ausrufe wort ja marwan ja omar ja peter ja schmidt ja sei jeder t nun was bedeutet sei jeder tse jeder tse bedeutet meine dame warum sei jetzt bedeutet der herr im sinne tatsächlich von herr ja sei jeder alam der herr der welt sei der alamin der herr der welten oder der herr der wissen in der welt sei jetzt heißt somit auch ja wie deutsch genau her frau da muss man nur die tseh marbuta dazu zu tun zu tun sei jeder sei jeder so und hier die schadda und darunter eigentlich ein strich sei jeder ja und meine da muss ich also das zu fix dahin zu tun dass ich meine ja sei jeder jetzt schaut mal her dieses tseh marbuta nennen wir das wird gesprochen am ende des satzes nur sei jeder wer ist jetzt in der mitte des satzes wäre sei jeder tun oder sei jeder tin ja und da sei jeder tseh sei jeder tseh meine frau sei jeder tun plus ii wird zu sei jeder tseh ja und schauen wir uns jetzt die satzes weiter an Ad worship ja 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 Aina? Aina hat mich schon, wenn du hättet wo. Al-Mut-Haf-Ul-Wa-Tani. Aina Al-Mut-Haf-Ul-Wa-Tani. Al-Mut-Haf kommt von dem Wort. Ta-Hifah oder A-T-Hafah. Heißt, jemand faszinieren, jemand vom Hocker hauen, ja? Wow! Und ein Mut-Haf ist das Ding oder der Ort, eigentlich eher das Ding, was dazu führt, dass du vom Hocker gehauen wirst. Al-Mut-Haf, hier das Aleph-Lam fehlt. Al-Mut-Haf. Und oben stand Al-Mut-Haf-Ul-Wa-Tani. Al-Wa-Tani kommt von dem Wort Wotan. Wotan heißt beheimaten. Al-Wa-Tan ist die Heimat. Al-Wa-Tani. Da könnten wir jetzt vielleicht ein bisschen unsicher werden. Ich hatte ja gesagt, oben gerade, ich wiederhole es mal. Seyeda. Bitte strich statt zwei Punkte in der Kursivschrift. Plus I bedeutet ja mein. Mein. Und Wotan plus I bedeutet Wotani meine Heimat. Aber Al-Wa-Tani, das meine Heimat gibt es so nicht. Al-Wa-Tani, da ist das I jetzt nicht mehr mein, sondern das nennen wir eigentlich eine Nisba-Form. Eigentlich kann man es auch gar nicht Deutsch nennen. Ich gucke mal, wie die es hier genannt haben, ob es jetzt hier eine besondere Bezeichnung gibt in Deutsch oder wie man das beschreibt in Arabisch. Ne, finde ich gerade nicht. Aber ich glaube, das hieß Nisba-Form in Englisch. Soll uns nicht jucken. Das I in diesem Fall bedeutet nicht mein, sondern bedeutet beschreibt, was davor ist. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Al-Wa-Lat. Ja. Und jetzt will ich sagen, der deutsche Junge. Al-Wa-Lat bedeutet Junge. Dann sage ich Al-Al-Man-Ni. Ja, das N Al-Man heißt ja Deutsch. Al-Mani heißt Deutscher. Das hatten wir, glaube ich, in Lektion 1. Ja. Und Watan bedeutet Heimat. Watani bedeutet heimatlich. Eigentlich gemeint Al-Muthafa al-Wa-Tani, das Heimatsmuseum, was wir in jedem Dorf kennen. Gehen wir zurück hoch. Schauen wir uns das an. Der Satz macht jetzt Sinn. Thomas. Was sagt er? Das ist der Sprecher. Afwan ya Sayyidi. Entschuldigung, meine Frau. Ayn al-Muthafa al-Wa-Tani. Wo ist das Heimatsmuseum? Hier Heimatsmuseum. Ja. Hal. Ist. Hal. Hal ist eine Form, ein Wort, was man bei Fragen vorsetzt. Ist es so das? Ja. Hal Marwan moderris. Ist Marwan ein Lehrer? Dann sagst du ja, Marwan moderris. Oder nein. Oh Gott, das ist ein schrecklich. Nein, er ist es nicht. Zum Beispiel. Hal. Halda Kitab. Ist das ein Buch? Dann sagt man naam. Halda Kitab. Hal. In diesem Fall. Hal ist. Er ist. Höa. Er. Ba'id heißt weit. Ba'id kommt von Ba'ida. Ba'ida heißt sich entfernen. Ba'id heißt entfernt. Ja. So. Hal. Höa. Beriit. Wer ist er? Hal. Hua. Er. Beriit. Wer ist er? Er ist Al-Mudha-Fal-Watani, das Heimatsmuseum. Das Heimatsmuseum, in Deutsch heißt er nicht der Heimatsmuseum, sondern das Heimatsmuseum. Aber in Arabisch hieß es der Heimatsmuseum, weil es maskulin ist in Arabisch. Und da ist er weit. Ja, ich muss mal wieder meinen Ratzefummel holen. Und mal hier wieder ein bisschen alles schön klar machen. Nun, verzeiht jetzt diese Zeit, die hier drauf geht, aber sonst kann ich ja später nicht hier weiterarbeiten. Afwan seyedati ein Al-Mudha-Fal-Watani, hal-ho-ba'id. Das sind die Fragen, die er hat, wo das Mudha-Fal-Watani ist und ob es, in diesem Fall er, weit ist. Na, schauen wir mal, was die Frau antwortet. So. Es seyedatu. Die Frau. La. Nein. La bedeutet nein. Hoa qarib. Qarib. Ja. Hoa qarib. Nun, seitdem mehr und mehr Syrer in Deutschland sind, werde ich immer gefragt, ist das jetzt ägyptisch, was du hier liest oder was das für ein Dialekt ist. Nein, das ist, ist arabisch, meine Lieben, wird gesprochen vom Atlantischen Ozean bis zum Indischen Ozean, bis zu Somalien und mittlerweile auch ganz viel in Europa. Das hocharabisch, es gibt viele hocharabische, es gibt das geschriebene Arabisch, das hocharabisch selbst wird in verschiedenen Formen ausgesprochen, die sich aber alle sehr, sehr stark ähneln, wenn man schon das geschriebene liest. Ja, es ist aber so, dass natürlich man einen Akzent hat, also wenn ein Ägypter jetzt hocharabisch liest, wird er als Seyeder, la hua qarib, sagen, wenn man ein Oberägypter ist, besteht die Gefahr, dass das Qaf zu einem G wird. Da wird er sagen, la hua qarib, statt qarib. Und in einigen Orten wird das Qaf sogar, geht es eher zu einem K, la hua qarib. Aber allgemein ist es so, dass das hocharabisch durch den Koran dominiert wird, wobei der Koran selbst auch in mehreren Aussprachen bekannt ist und auch so zu Zeiten des Propheten, so zumindest die Überlieferungen, auch gedacht war. Also als da zwei Leute kamen zum Propheten und herumstritten, Mensch, das wird so gelesen, nein, das wird so gelesen, nein, das wird so gelesen, dann gingen sie zum Propheten und so sagt die Überlieferung in diesen Hadith, in den Prophetensprüchen, dass der Koran auf sieben Zungen geschaffen worden ist, also auf sieben Dialekten, du hast recht und du hast recht. Da finde ich es äußerst eigenartig, dass der eine oder andere, der noch nicht richtig arabisch spricht, sagt, Mensch, das ist ja ägyptisch, was hier gesprochen wird und nicht hocharabisch. Das ist nicht so. Es gibt mehrere Formen oder mehrere Akzente, die alle anerkannt sind. Geschrieben allerdings gibt es nur ein Hocharabisch. Du wirst also nie im Leben finden, dass dieses Wort Karib, ich hole mal kurz den blauen Stift hier, geschrieben wird als Karib. Das kommt nicht. Also Karib hier, hier, wird nie im Leben als Karib geschrieben werden oder als Garib. Das ist natürlich Quatsch. Das geschriebene Hocharabisch ist immer einheitlich. Folgende Empfehlung. Wer jetzt schon also da so fragt, naja, welcher Akzent ist wohl der üblichste? Da kann ich nur sagen, wir hatten hier vor zwei, drei Wochen ganz nette syrische Leute, Flüchtlinge, die wir eingeladen haben zu uns. Ja, und da ich ja Musik mache, habe ich gesagt, bitte macht mal ein bisschen Musik, lasst uns mal zusammen musizieren. Da konnte ja einer Klavier spielen und wir haben getrommelt und die haben zwei Stunden lang nur ägyptische Lieder gesungen. Also das Hocharabisch ist auch ganz stark beeinflusst durch den ägyptischen Akzent. Dadurch, dass die ganze Kunst und die Poesie und die Literatur sehr stark vom Ägyptischen beeinflusst ist, ist die ganze arabische Welt von diesem Akzent ganz stark beeinflusst. Und es ist üblich, selbst wenn ich nicht Hocharabisch spreche, sondern nur Ägyptisch. Das wäre jetzt zum Beispiel anders. In Ägyptisch würde man nicht sagen, la hua qarib, man würde sagen, la hua urayib. Urayib, von qarib wird urayib. Ja, und das findest du allerdings auch auf der CD von Langscheid, Langscheid, das ägyptische Adelekt und das syrische. Ja, in den Filmen hier bleiben wir aber bei dem Hocharabisch. So, la hua qarib. Min huna, von, min heißt von, huna heißt hier, min huna ila. Schärii, Falastin. Von hier zu Schärii, Straße, Falastin. Ila ist eine Präposition, das heißt zu. Da wird aus Schärii, also Ila, ich schrei es mal auf. Schärii. Ja, da kommt so ein I dahinter. Wegen der Präposition. Wann immer eine Präposition vor ein Wort kommt, wird es auf I vokalisiert. Daher, la hua qarib, min huna ila Schärii, Falastin. Wa, das hätte ich hier unten beschreiben sollen. Wa, baada zalik, baada zalik heißt und danach. Wa, baada zalik, baada heißt nach, zalik dies. Da gemeint danach. Wa, baada zalik, ala tool ila saahatil jadida. Nun, das G habe ich ja ausgesprochen, weil es in diesem Buch so gehandhabt wird. Wir fangen hier nochmal an. Wa, baada zalik, ala tool ila saahatil jadida. Wa, min hunak und von dort ila ila sari, zu dem linken, bedeutet nach links. Wa, baada, hawaali und nach etwa, hawaali bedeutet etwa. 50 metr binaia qadyma. Also, wa, baada, hawaali, 50 metr binaia qadyma. Ich werde gleich jedes Wort erklären, versuche es aber mitzulesen. Nochmal von hier. Wa, baada, hawaali, 50 metr binaia qadyma, ala al-yamin. Auf der rechten. Al-mudhafu, ganb, hathihil binaia. Das steht hier so im Buch, ganb. Ich muss sagen, das ist definitiv jetzt nicht so übliches Hocharabisch, sondern man müsste sagen, beganibi. Ja. In Ägypten und in Syrien würde man sagen, ganb. Aber ganb heißt seitlich sein. Ganb bedeutet mit, beganibi bedeutet mit der Seite von, ja. Hier steht ganb. Gut, ich tue das mal jetzt weg, ratzefummeln. Und wir lesen, ich mache mal einen großen Ratzefummeln, das ist ja ganz fürchterlich hier. Radierer, ein großer Radierer, den tue ich mal kurz hier zu meiner Symbolleiste. Da ist er. So, großer Radiergummi. Ja, so geht es doch viel schneller. Jetzt möchte ich das mal einmal lesen. Versucht es bitte mitzulesen. Ich werde ganz langsam lesen. Vom Anfang der Lektion bis zu diesem letzten Wort. Und zwar, das war bis hier. Ja, ihr müsstet ja das Buch schon haben. Also lesen wir es zusammen vom Anfang an. Ja? Thomas. Arfuan يا seydete. Aina المتحف الوطني? Hal هو بعيد? Ah seydete? La, هو قريب. So, den letzten Satz hatte ich nicht ganz erklärt. Gehen wir mal durch. Es sei jeder tu. La hatten wir. Nein. Huwa qarib. Das hatten wir erklärt. Minhuna. Von hier hatten wir erklärt. Ila shari'i philustin. Bis zur philustinstraße. Ja, das hatten wir erklärt. Wa ba'da thalik. Und nach dem. Also und danach. Ala tul. Das hatten wir nicht erklärt. Ala bedeutet auf. Tul bedeutet Länge. Und gemeint ist Ala tul. Also auf der Länge. So, ne. Also geradeaus. Ala tul. Ila sahati. Achte darauf. Hier. Ila sahati. Ja, weil Ila ist eine Proposition. Zu der sah. Ja, was ist sah? Sahi bedeutet Hof. Oder breiter Raum. Oder, ne. Ja. Ila sahati al jadida. Also zum neuen Hof. Zum neuen Markt. Zum neuen. In der Mitte der Stadt gibt es also die Sahi. Der breite Platz. Ja. Ala tul. Ila sahati al jadida. Wa min hunak. Hunak bedeutet dort. Huna. Wir hatten das hier gerade oben. Wo ist denn das hin? Hier. Huna bedeutet hier. Hunak. Mit dem K hier. Sieht genau gleich aus. Aber da kommt das K dazu. Kf. Hunak bedeutet dort. Und wo min hunak. Also von der Sahi jadida. Und wo min hunak. Ila liasar. Zum linken. Also nach links. Wa baada hawaali. Und nach atfaa. Chamsina mitra. Ja. Hier steht mitra. Wa baada hawaali. Chamsina mitra. Binaya. Binaya heißt Bau. Ja. Binaya tun qadimatun. Okay. Ohne vokalisierung. Binaya qadima. Ein alter Bau. Allerdings Bau in Arabisch ist ja weiblich. Da sehen wir hier dies hier. Binaya. Ich schreibe es mal größer. Binaya tun Ja. Und daher qadim bedeutet jetzt alt. Das war Bau. Qadim. Aber Bau weiblich ist. Qadim heißt alt. Aber weil es weiblich ist. Qadimatun. Achte darauf. Dies hier die Endung weiblich wie das Wort was auch weiblich geendet hat. Ja. Binaya qadima ala auf Al-Yamin auf der rechten Seite. Al-Muthaf das Museum Genb genau direkt daneben hadihi dieses weiblich diese binaya diesem Bau Ja. Also sucht den alten Bau auf der rechten Seite. Das Museum ist genau neben diesem alten Bau. Gut. Ja machen wir weiter. Ist gar nicht mehr so viel in dieser Lektion. Thomas Shukran. Thomas sagt Danke. Shukran Gesielen. Ja. Übersetzt vielen Dank oder großartigen Dank oder häufigen Dank. Ja. Aber gemeint ist natürlich vielen Dank. Ma'as Salam mit Frieden. Ja das in Arabien grüßt man in aller Regel mit Assalamu Alaikum oder Ma'as Salama oder manchmal sagt auch nur Salam Tschüss. Hier steht Ma'as Salama Assayidatou Die Frau sagt Allah Yusallimak Das ist natürlich Umgangssprache in Ägypten und in Syrien und in Ägypten würde man sagen Allah Yusallimak Ja Was bedeutet das Ich habe ja gesagt Mit Frieden Ja gehe mit Frieden Und dann ist die Antwort Allah Yusallimak Okay Meine Schrift ist grauenvoll Ich nehme mal dieses Verb runter Allah soll irgendwas machen Yuu heißt er macht hier Salim Er macht Frieden Ka'dir Er macht Dir den Frieden Allah Yusallimak Okay Jetzt kommt hier Ba'da Qalil Nach Nach einer kleinen Weile Das ist so ein Zwischenstopp Also Ba'da Qalil Nach Nach ein bisschen Nun ist Thomas da Wahrscheinlich ist er jetzt ein bisschen gelaufen und ist immer noch verwirrt Er weiß noch nicht genau wo er ist Also fragt er jemand anders Lau Samacht Oben hat er gesagt Was hat er gesagt Afwan Oben hat er gesagt Afwan Afwan Entschuldigung Hier ist ja jeder T Ja Aber hier unten sagt er Lau Samacht Was bedeutet das Dieses Lau heißt Fals Okay Jetzt müssen wir uns dies Wort anschauen Das T bedeutet schon Dass du Also dass du ein Verb machst Lau Samacht Du Wenn es weiblich ist Lau Samacht Lau Samacht Also du bist ein Mann Ich rede jetzt mit meinem Mann und sage Du bist jetzt ein Mann vor mir Ich sage Lau Samacht Was bedeutet Samacht Samaha Bedeutet erlauben Samacht Bedeutet wenn du erlaubst Wenn du so nett bist Ja klar Genauso wie Entschuldigung Kannst du sagen Oh wenn du nett bist Könntest du mir sagen Wo was ist Ganz normal Lau Samacht Vielleicht lernst du das einfach auswendig Lern diesen Text auswendig Ja Ich werde eben am Ende noch einmal durchlesen ohne dazwischen zu quatschen Und dann kannst du dir das einfach merken wo das ist und immer wieder üben bis du das auswendig kannst oder mit der CD im Buch Aber versuch es Lau Samacht Wenn du so lieb bist Hel Das kannten wir Eine Frage Hel Ta'rifu Ta'rifu Kommt von Arafa Arafa Heißt er hat kennengelernt Er hat gewusst Er hat etwas erfahren Und Ta'raf Heißt Weißt du Kennst du Ist dir bekannt Hel Ta'raf Kennst du Weißt du Al-Tariq Al-Tariq Bedeutet Den Weg Al-Tariq Ist ein Ein Wort Ah Das kennst du Das Wort Al-Tariq Das kennst du Du kennst doch Gibraltar Ja Da Nordafrika Nordwestafrika Gibraltar Ja Woher kommt denn Gibraltar Das Wort Das kommt von Gebel Bedeutet Berg Tarq Es war Tarq Der Feldherr Der dort Angekommen ist Und hat Dieser Ort wurde Gabal Tarq Genannt Aus Gabal Tarq Bitte dies Garf Bitte Ach meine Schrift Wie schrecklich Also Tarq Das ist ein Garf Ja Wir schreiben in der Kursivschrift Oft statt ein Garf Einfach so Schaut euch das einfach nicht an Tarq Ist jetzt das Wort Was auch mit Tarq Verwandt ist Was mit diesem hier Verwandt ist Ja Denk an Gebralltar Und dann wirst du dir merken Tarq Gebralltar Tarik Naja Okay Tarq Kommt von dem Verb Tarq Tarq Heißt Ah wieder hier das mit dem Haken Entschuldigung Tarq Heißt Ankommen Ankommen Anklopfen Reichen Ja Heißt aber auch Klopfen Zerschmettern Tarq Er hat auf den Stein geklopft Bumm Ja Schmettern Auf die Tür klopfen Heißt Er klopft Auf der Tür Ja Ein Tarq Ein Tarq Ach wieder Ich muss jetzt konzentrieren sauber zu schreiben Entschuldigung Tarq Da ist er Eine Straße wird ja geklopft Also oft sind ja die Früher die Straßen Die Wege mussten ja frei geklopft werden Die Steine und das Geröll Musste alles so weggeklopft werden Und da hat man ein Tarq Ein geklopften gemacht Also Weg oder Straße Heißt auch Tarq Eigentlich Straße wäre Schära Das hatte ich oben Schära Palistin Tarq Heißt Weg Ja So Zurück zu unserem Satz Wir sind jetzt hier bei Thomas Thomas Lausa maht Sagt er Zu irgendeinem Mann Hel ta'arifu Hel ta'arifu Tarq Kennst du den Weg Da El Tarq Den Weg Ilal muthafi Ilal Proposition Zum Museum Al Watani Das gehört hier zu Kennst du den Weg Zum Heimatsmuseum Da sagt Al Sayyid Ah Oben hatten wir Al Sayyidatou Die Frau Hier Al Sayyid Der Mann Der Herr Deshalb hat er auch gesagt Lausa maht Und nicht Lausa mahti Weil Thomas spricht es mit einem Mann Da sagt Lausa maht Und hier Der Herr Was sagt der Herr Ma'a bil ma'a Ma'a bil ma'a Heißt 100 von 100 Gemeint 100 pro Ja Den Weg kenne ich Ma'a bil ma'a Ja Ich muss sagen Ich habe es so noch nie gehört Aber Es ist durchaus richtig Ma'a bil ma'a Ja 100 bei 100 Ma'a bedeutet 100 Ta'ala Komm ma'i Ma'i Kommt von ma'a Ma'a bedeutet mit Plus i Da kommt ma'i Mit mir Ja Ma'a bil ma'a Ta'ala ma'i Komm mit mir Thomas sagt Elf Schukr Tausend Dank Elf bedeutet tausend Merken wir also Merah bedeutet Der Stift schreibt nicht Bedeutet 100 Elf Bedeutet tausend Hier Elf Schukr Anna Jadid Filmedina Anna Jadid Anna Musstest du kennen Ich Ja jetzt habe ich es einfach durchstrichen Aber Anna bedeutet ich Jadid Bedeutet neu Jadid Ja Fii In Almedina Medina Ne Mekka Medina Die Stadt Ich bin neu in der Stadt Anna Ich Hunna Hunna kennen wir Hier Hunak War da Hatten wir oben hier irgendwo Wann mal wo ist denn das Hunak 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 Da Hier Hunak Dort Und Huna Hier Ja Es sagt also Thomas hier unten Also Huna wo in der Stadt Munzu Seit Oh bin ich weit runter gegangen Entschuldigung Hier ist es Entschuldigung Anna Huna Munzu Thalathete Ayyam Thalatha Bedeutet drei Ayyam Tage Ja Ich bin hier Munzu Entschuldigung Hier verrutscht Thalathete Ayyam Seit drei Tagen Da sagt As Sayyid Ein sehr freundlicher Mann Ma ra'yuka Was Ra'i 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 Bedeutet In Arabisch Eine Meinung Und das Kommt von Ra'a Ra'a Bedeutet Sehen Er hat gesehen Ra'i Die Sicht Und gemeint Mit Sicht Im Arabischen Ist die Meinung Wie siehst du das Man fragt ja auch in Deutsch Wie siehst du das Bist du anderer Meinung Ne Also meinen und sehen Haben was zusammen zu tun Nicht nur in Arabisch Ra'i Bedeutet Meinung Und das Ker Hier Bedeutet dein Mer Bedeutet was Okay Was Hier Ich mach mal Was Dein Ra'i Meinung Ja Mera'i Yuka Bigaulatin Bigaulat Das sind hier zwei Worte Bedeutet mit Und dann kommt Gaula Irgendwie der Stift schreibt Gar nicht hier Gaulatin So Gaula bedeutet Eine Eine Tour Na was meinst du Zu Einer Bigaula In diesem Sinn Zu Eine Gaula Sarira Eine kleine Tour Sarir Eine kleine Tour Filmedina In der Stadt Al-Qadima Der Alten Also in der Altstadt Da hat der Mann gesehen Mensch der Thomas ist ja neu in dieser Stadt Da sagt er Was meinst du zu einer kleinen Tour In der Altstadt Oder in der Stadt Alten In der Altstadt Thomas antwortet Thomas Bi Kull Bi Mit Kull Al Ja Mit Al Surur Surur Das Wort kennst du Surur Ich wette, dass du es kennst Wenn du lange über Surur Surur Wie hört sich das dann an Surur Ja, das hört sich an wie Sarra 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 Kommt von Sarra Ist zwar kein arabisches Wort Aber Auch eine semitische Sprache Sarra Sarra Ja, Sarra Ja, Sarra Geschrieben als zwei R Und das macht man dann nicht so Sondern macht sie dieses Ding darüber Eine Shadda nennen wir das Sarra heißt er hat glücklich gemacht Ja Sarra Ist diejenige, die glücklich macht Warum? Weil sie mit 90 dann doch noch ein Kind zur Welt gebracht hat Und Surur Demzufolge bedeutet Freude Ja Thomas sagt also Mit all Freude Ja Also Oh ja, das mache ich ganz gerne So Da sind wir jetzt hier glaube ich durch Jetzt habe ich das so zugeschnörkelt Mit all meinen Kritzeleien Dass ich mal hier eine Pause drücke Warte mal hier Ich werde das jetzt alles weglöschen Und dann lesen wir das einmal zusammen Langsam durch Und üben es einfach als Aussprache Oh, eine Pause So Da bin ich jetzt Ich hoffe ich habe alles gefunden Und Jetzt lesen wir mal das zusammen Vielleicht machen wir das so Ich lese einen Satz Und dann versuch du Mit mir den Satz noch einmal zu lesen Also ich lese vor Immer den einen Sprecher bis zum Ende Also Thomas wird aussprechen Erzähler wird aussprechen Und so weiter Fange ich mal an mit Thomas Aber ich sehe ich habe hier wieder keinen Stift Ai, 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 ai Ups Stift So, da habe ich ihn Also gut Thomas 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 Arfuan Ja, seyidati Aين المتحف الوطني هل هو بعيد Hier ist kommt السيدة Die Frau السيدة لا هو قريب من هنا إلى شارع فلسطين وبعد ذلك على طول إلى الساحة الجديدة ومن هناك إلى اليسار وبعد حوالي خمسين متر بناية قديمة على اليمين المتحف جنب هذه البناية Jetzt faszوخ es bitte mit mir zu zammt zu lezen und langer zatz abadach schafn dia السيدة السيدة لا هو قريب من هنا إلى شارع فلسطين وبعد ذلك على طول إلى الساحة الجديدة ومن هناك إلى اليسار وبعد حوالي شكرا شكرا جزيلا مع السلامة السيدة الله سلمك Jetzt du السيدة الله سلمك Jetzt kommt dieser Zwischensatz بعد قليل und mit mir بعد قليل So Jetzt lese ich mal was Thomas sagt Thomas لو سمحت هل تعرف الطريق إلى المتحف الوطني Bitte mitlesen Thomas لو سمحت هل تعرف الطريق إلى المتحف الوطني Die Frau jetzt sage ich Ne der Mann Entschuldigung السيد مئة بالمئة تعال معي What do you do? السيد مئة بالمئة تعال معي Jetzt kommt der Thomas 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 Das heißt, da man, das heißt, السيد, ما رأيك بجولة صغيرة في المدينة القديمة? Das heißt, السيد, ما رأيك بجولة صغيرة في المدينة القديمة? Und das heißt, Thomas بكولي سرور Nochmal, Thomas بكولي سرور Wir sind durch eine Info. Ich glaube, ich habe jetzt einmal gesagt, السيدو, hier oben, habe ich gesagt, السيدو ما رأيك بجولة und beim nächsten Mal habe ich gesagt, السيد ما رأيك. Also einmal habe ich gesagt, السيدو und einmal السيد. Das liegt daran, beides ist richtig. Wenn du durchliest السيدو ما رأيك, was eigentlich nicht sein sollte, dann kann man es vokalisieren. Wenn du aber eine längere Pause einsetzt, dann kannst du auf die Endvokalisierung verzichten. Auch gibt es so Dinge, das ist einfach so, die haben ja den ägyptischen Präsidenten mal seine Rede gemessen. Ich weiß nicht, ob jetzt 63 oder 163 auf jeden Fall schrecklich viele Vokalisierungsfehler. Und ich würde absolut lügen, wenn ich sage, ich könnte auf Anhieb jetzt jedes Wort genau richtig vokalisieren. Das ist also eine übel schwierige Angelegenheit. Ja. Wenn wir den Koan lesen, lesen wir ihn vokalisiert und üben ihn, dann können wir das. Und in der Regel kann man von der Musik der Worte dann auch die Vokalisierung richtig treffen. Aber es kann sein, dass man Fehler macht. Oft auch bei Objekten. Ich suche mal ein Beispiel. Eine Sekunde. Wo ist denn ein Beispiel, wo man es gern verwechselt? Ja. Hier zum Beispiel. Welches ist das Richtige? Ja. Ich würde sagen, Ja. Ich könnte aber hier falsch sein. In beiden Fällen wird man dich verstehen. Nur wenn du sagen würdest, wäre es fürchterlich falsch. Da würde man sagen, der Typ weiß nicht, was er sagt. Weil Tarifi ist dann weiblich. Ja. Und hier spricht er mit einem Mann. Da kann es nur Tarifu oder Tarifa sein. Eigentlich ist es Und wenn es jetzt in der Position fallen würde, dass ein Objekt ist oder ein Satz in Objektform, was es auch gibt in Arabischen, dann wäre es gewiss Tarifa. Und wer wird schon beim fließenden Reden jetzt so viel Denkarbeit leisten? Das gibt es bei dem Besten nicht. Da muss man das zuerst lesen und vokalisieren, was ja dann auch bei den Reden geschieht. Ja. Dass da also die Gelehrten sitzen und sich den Kopf machen, ist das jetzt ein Sokoran gesilen. Okay, klar. Oder ma salamati. Okay, das müsste auch jeder wissen, weil bei Präpositionen kommt alles, was nach einer Präposition ist, kommt immer auf i. Wir könnten vielleicht, bevor wir ganz hier abhauen und Ende machen, ein paar Grundregeln der Vokalisierung machen. Dass jeder das jetzt einfach mal mitnimmt. Also das ist das Minimum, was man wissen müsste. Also gut. Ich möchte aber hierfür einen anderen Stift. Ich schreibe mal jetzt ein bisschen grün. So. Ein Wort, ein Satz, ja, besteht aus ein Ism plus ein Chabar. Ach man. So. Meine Schrift. Oh Gott. Ich schreibe es mal sauberer. Ism, das ist der nominative Satz, der also nicht mit einem Verb beginnt, plus Chabar. Ha! Meine Tafel spinnt. Noch einmal. Ach, da ist es. Ich kann es mir nicht erklären. Heute spinnt mein Rechner. Ism plus Chabar. Nominativ, ich glaube, na, plus eigentlich ein Subjekt am Anfang des Satzes, plus ein Chabar, plus eine Nachricht, die etwas darüber berichtet. In beiden Fällen müssen die auf U vokalisiert werden. Ein Beispiel. Marwan, das ist mein Name. Marwanu. Mudarrisun. Ja. Beide auf U. Marwan ist ein Lehrer zum Beispiel. Ja. Oder Al-Kalbu. Der Hund. Fil. Achte. Fil-Hadi. Mach keinen Fehler. Garten. Fil-Hadi. U oder I. Nein, I. Wege dieser Präposition. Aber beide zusammen sagen wir, selbst in der Grammatik in Arabisch sagen wir, dass sie in der Position des Chabars der Nachricht zu diesem Subjekt fallen und auf ein U fallen würden. auch wenn es Fil-Hadi-Kati ausgesprochen wird. Das ist also die Regel eins. Die Regel zwei. Wenn du einen verbalen Satz hast. Akala. Das ist das Verb. Ja. So. Al-Waladu. Dann ist das Subjekt nach dem Verb immer auf U. Al-Waladu. Das Objekt heißt der Junge. Das Objekt ist dann immer auf A. Egal welches. Zum Beispiel. Al-Tu-Fa-Hata. Al-Tu-Fa-Hata. Akala. Al-Waladu. Al-Tu-Fa-Hata. Zwei Punkte. Den Apfel. Ja. Der Junge hat den Apfel gegessen. Das ist wieder weggeflogen. Komm gleich wieder zurück. Ich schreibe es nochmal. Akala. Al. Al. Da ist es. Unerklärlich. Akala. Al-Waladu. Al-Tu-Fa-Hata. Das ist wichtig zu wissen. Weil du kannst die Sätze, die Worte auch verschieben. Ja. Also ich mach das mal. Ich schreibe jetzt. Akala. Gegessen. Ja. Und jetzt der Apfel. Al-Tu-Fa-Hata. 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 die du wissen musst, ist nach Präpositionen, fi, ala, bi, maa, alles Sachen, die wir schon hatten. Alles, was danach ist, ist immer auf i vokalisiert. Wir reden jetzt hier Singular, im Plural, in Dualform sieht es ein bisschen anders aus, aber die Regel ist dieselbe. Zum Beispiel, Fil, Madrasati, in der Schule. Halal, Maidati, auf dem Tisch. Egal, was hier steht, ob du es verstehst oder nicht, bitte merkt ihr nur, was Hinterpräposition ist, immer auf i. Ganz fürchterlich, das ist so einfach sich zu merken und ganz viele Leute, selbst in Arabien, selbst in Redner, selbst Politiker, machen das ständig falsch. Ich erinnere mich an meinen verstorbenen Vater, der hat da gesessen in seiner Couch und irgendein Nachrichtssprecher gehört und sich gedreht, um Gottes Willen, das ist eine Proposition, die wird selbst den Eiffelturm auf i vokalisieren, nicht ein Wort. Da hat er sich immer aufgeregt. Zurecht, das ist eine ganz einfache Regel, die man sich merken kann. Diese drei Regeln bitte, die merkst du dir jetzt für heute, schreibst du dir auf. Ja, nominative Sätze, da sind beide immer auf u vokalisiert. Verbale Sätze, wo ist er denn hin? Ja, da ist Objekt auf u vokalisiert, Objekt auf a und nicht andersrum und nach Präpositionen immer auf i vokalisiert. So, und dann will ich versuchen, in der nächsten Lektion auch diese Grundregeln für dich zu erweitern. So, das war es dann aber jetzt echt für diesmal. Ja, knapp über 45 Minuten, das muss also reichen. Und ich freue mich darauf, fragt mich und wer es noch nicht hat, ihr könnt dieses Buch ja kaufen. Ich habe bisher die Erlaubnis, fünf Lektionen zu verfilmen, so wie hier. Ihr seht, wir nehmen uns die Zeit und wer hier schon fünf Lektionen kann, der kann schon einiges, muss ich so sagen. Also das geht ganz flott. Das ganze Buch ist ein 15 Lektionen gemacht. Das heißt, ein Drittel des Buches schaffen wir schon. Und ich meine, ich bin mir aber nicht sicher, kein Versprechen, dass ich auch weitermachen darf, weil die Filme kommen gut an. Und das bedeutet ja auch für Langscheid mehr Verkäufe. Und wenn wir schon bei Verkäufe sind, es wäre sehr nett, wenn du es über meinen Link kaufst, dann kriege ich da eine kleine Provision dazu. Vielen Dank und ein frohes neues Jahr natürlich, 2016, auf das wir dann alle Arabisch können, in 2016. Tschüssi!